Das ist doch gar nicht so unruhig. Ja, wo wir DayZ gespielt haben, wo wir trockener waren, hat immer jeder Schüsse gehört. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Hi. Komm, spring rein, wir helfen den anderen. Setz dich außen mal hin, Elias. Setz dich außen hin, außen hin, außen hin, außen hin. Was ist mit KSK? Überfallen wir? Ey, Jungs, das geht! War nicht viel bei euch. Ist das jetzt außen? Nein. Das ist zum Load-Sitz. Ne, Leute, noch nicht schießen. Alles gut. Ich hab jetzt mal in-game gelabert. Bitte? Das ging an unsere Sniper. Die waren irgendwie nervös, weil ihr die Waffen draußen hattet. Alles gut. Ach so, ne, 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 ne. Wir sind friendly. Wisst ihr ja. Gut, gut. Wir haben ja euch damals das Tempest-Gerät. Ach, stimmt, stimmt. Ihr wart das. Okay, alles gut, alles gut. Ich sag denen grad Bescheid. Korrekt. Ja, also blüffer ey. Ja, aber die haben direkt so, ne, ne, alles gut. Wir sind friendly. Ihr könnt euch nicht erinnern, das Tempest-Gerät haben euch damals gesaved. Ja, er ist Clown und dann gesaved. Ja.